Ja und damit herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town. Mit dabei sind Kundran, Fisk, Maxi McFly, Early Boy, Good Gaming, LP, Liquid Dark, BOTS, Julie Burst, Tau Tau, Nifias und Danuka. Hallo! Hey! Hey! Nicht hey, sag ich wieder! Aber es war, es war! Es war! Wir werden Ihnen keine Information! Fisk, war das! Fisk! Da ist einer tot! Early Bob! Ne, wer war denn? Was ist denn? Fisk war es nicht! Oh Gott! Wir machen eine neue Anleitung! What the fuck? Okay, ich kann mir gar nicht vorstellen. Bist du dir sicher? Ja, nein. Okay. Näh mich mit! Leute, ich bin raus, ich komme, Damien, geh runter! Kein Problem. Wart sei immer auf mich zu verfolgen. Nein, ich weiß, was du vorerst, Dora. Damien, du solltest gehen! Ich kann hier nicht mehr runter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es weiß. Aber ich habe eine Idee. Nefi, komm mit, GNG. Ist es der? Oh, einer. Ich glaube, es ist der, der da oben noch ist. What the fuck? Okay, hoch. GNG. Zugriff, GNG. Zugriff. Kannst du mir erklären, wieso du keinen Schaden nimmst? Tfaroto ist es! Ich habe ... Ich habe da auch! Ach geil! Habt ihr viele Waffen gehabt? Legg mir an! Ich hatte APP! Ich habe eine Power. Legg mir an, Marc, es ist laut hier! Sauber! Nichts ist passiert, ey. Bei mir gab es einen Cut. Hast du eine Nate geworfen? Ich wollte eine Taube werfen und die ist direkt vor mir. Die ist direkt vor dir ans Geländer. Ich war gerade in der Deathcam ganz weit weg und habe das einfach so aus der Ferne gesehen. Oh, das war ein Missgeschick gerade. Wollte die übers Geländer werfen, aber die flob nicht übers Geländer. Das ist normal. Er war hinter uns. Also Fahrzeuge in Source geht nicht. Nee, ich habe nämlich Guru beobachtet. In Gegenrichtung konnte er schießen, muss man merken. DNA-Scheiße. Die Map ist ja cool. Es hätte auch passieren können, dass hier einfach beide rausgefallen wären. Alter, habt ihr alle den Scheiß-Detective aus oder was ist da los, ey? Was ist da los? Was ist da los, ey? Was ist da los mit dir? Guck mal, Nephi gleich auf Suspect stellen. Jaaa. Komm, dann schießt mich ab, Carlo, der hier kriegt deinen geilen Orgasmus, wenn du mich abknallst. Achso, das heißt, ich habe recht? Ja. Heißt, dass ich habe recht? Hey, Early! Wir lassen das hier sein. Leider, soll ich dir beweisen, dass ich Traitor bin? Ja. Okay, warte, mach die Tür. Nee, dann schieß ich. Hey, warte mal, Julien! Was? Das labert, der steh hier noch rum. Leute, hier Zugriff! Du da, Tau Tau, hilf mir, oder du bist es auch? Zugriff, Zugriff! Oh, wo kam die Waffe her? Hallo? 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 Herr Skoro bei? Ich habe ein Alkoholproblem. Nur Fisk da? Jo. Sind wir die letzten beiden? Das ist so. 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 Einfach die Leichen weg. Tau hat die Taube rüber geschossen, fünf Leichen weg. Ja, Taube ist halt verpackt. Nein, wer war das denn? Oh, nein! Da war die falsche Taufte! Ja. 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 Rechtsblick wahrscheinlich. Rechtsblick wahrscheinlich. Rechtsblick, ja. Da wolltet ihr mich fertig machen, ey. Ich hab das aber gehört. Wir wollten McClive fertig machen, ey. Und dann ruf ich Tau-Tau zu Hilfe. Wir haben erdrückende Beweise, aber... Ja. Ja. Ich war's. Tau-Tau kommt mit mir, oder? Hast du das gemacht, Tau? Und keiner glaubte, dass du ihn warst. Ich weiß. Keiner kommt in die Tür. Oh, ist so. Oh, der ist Serium für jedermann. Und ich fall runter und sterbe jetzt. Gib mir deine Waffe. Die Taube nicht mehr. Ich hab gleich in die Tür stehen. Der war Traitor. Warum läufst du gegen die Wern? Mal ganz ehrlich, Early. Was zur Hölle? Keine Ahnung, ich war zweifelvoll gerade. Ich suche eine scheiß Waffe. Ich hab keine. Traitor-Shop. Ja. 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 Kann doch sein, dass er da was kriegen will. Ah. Meine Damen. Ah. Oh gut. Grants? Ja? 2-2-1 verhaut. Ja? Hm? Leckt mir die Eier. Ja. Wen wird die Golden Eagle heute treffen? Leffi! Nein, ich hab! Doppel der Heidenkosten für Tau Tau. Was? Tau Tau? Ja, Marion wird es eben verdienen. Ey, der hat mich eben auch abgeknallt. Tau Tau ist es! Tau Tau ist es! Tau Tau ist es! Tau Tau, der andere Trainer ist ja auch hier oben! Äh, wer ist? Wow. Oh Gott. Wer ist da explodiert? Jetzt sind alle tot hier oben. Was ist da oben jetzt? Lebt da noch einer? Hallo? Oh geil, ich bin hier nach oben. Ich bin gerade runtergegangen. Ich mach auch Videos auf YouTube. Hey, wer lautet Julie? Ja? Ich such den Traitor zum Erschießen. Ich bin ganz unschuldig. Ja, ja, ja. Grundram, was ist hier oben passiert? Warum sind die alle tot? Hat jemand meine Identität geklaut oder so? Es muss Julie sein. Ah! Es lasst mich in Ruhe! Guck mal, sie lacht so. Das ist diese typische Julie Traitor. Gar nicht! Du hast sogar den Hut behalten, Nils, ne? Ja, stimmt. Nils hat natürlich den Hut auch. Nils, kannst du mal eine MP geben, bitte? Friendship Victor! Hey, mein Victor! Hey, warte mal! Ich? Was hast du für eine... Oh, rüber, rüber! Oh! Oh! Okay. Hier, Goroboy! Dankeschön! Da ist was explodiert. Da ist doch ein Flopper, oder? Top Gun! See you later! Ja, hau ab! Ah! 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 Oh, der rote! Nein! Oh, ihr habt doch keine MP gehamft, Leute! Aber so wie ich ihn Kenner, der Bubus fällt. Achso, stimmt. Ich muss nicht bleiben! Ah! Nein! Nein! Ich fing an der Leider! Hier, da fällt da ein Slowbox! Da liegt die AWP. Aber sehr schöner Friendship Beam da. Ich dachte, der Rotor kehrt mich jetzt. Ich bin ja auf der Linie gestartet. Was sah so aus? Nein! Tautor hat gut reagiert. Alter, was ist denn auf dem Dach? Ich hab's ja gehört, was die Detektiv... Wie lange noch? Drei Minuten waren die Märtyrer? Äh... Ja, drei. Geil. Ja, aber es waren nicht nur die Märtyrer. Du hast sofort angefangen zu schießen und auch mehrere Leute mitgenommen. Ja, natürlich. Die sind... Nee, kann ja gar nicht mehr. Also, ja. Die sind... Doch, wenn KSC jetzt zweimal... Moment. Wie steht's? Wie steht's? 2-1 Hamburg. Das gibt... Das gibt's einfach nicht im doppelten Sinne. Kann man nicht vorstellen, dass KSC jetzt zwei Tore machen. Das Zeitspiel halt. Alter, hinter euch ist das explosive Fass! Dalu ist es! Dalu ist es! Bo, Baxter! Wo ist er? Ich will das explosive Fass werden schießen. Ich hab gehört, Dalu ist es. Hä? Warum das denn? Nee, das hab ich nicht gehört. Warum denn? Ja, es lebt Nils noch? Ja, bestimmt. Wenn Nils jetzt tot ist, dann ist es gut. Nils, wenn du jetzt nicht was sagst, ist es Dalu. Ich wette, Nils hat sich selber wieder umgebracht. Was? Was? Ja. Da, er ist tot! Und woran ist er gestorben? Fallschaden, oder? Shotgun. Dann muss es Dalu sein. Wer hat auf ihn geschossen? Der hat auf ihn geschossen. Dalu hat die Shotgun, die auf der Haft... Das ist nur der Versuch? Ah, war geslugt! Hey Juli, isses! Ja, vielleicht war Juli das auch. Absicht. Vorsicht, McFly, die explodiert vielleicht. Ja, nein. Das ist Juli. McFly ist auf jeden Fall damit safe. Vorsicht, lauf, TauTau der... Ohohohohohoho! Oh my fucking Ich wurde voll erwischt man Der kam aber aus deiner Richtung TauTau ist das Problem Kann irgendein Detektiv scheinen oder so? Es ist TauTau Tau ist zu einem anonymen Alkoholikern gegangen Wieso wird auf dich nicht geschossen? Was? Achtung Hab schon TauTau schießt jetzt auch noch Richtig frech Auf die Headcrap zu Mombo Ey das ist ne Beleidigung Anzeige ist raus Oh das kann nur early gewesen sein Ein Detektiv hat sich selbst gekillt Und wenn das nicht early war Dann wars Fisk Oh oh Lebt jetzt noch ein Detektiv der mich heilen kann Fisk eigentlich oder? Ich hab aber keine Credits Das finde ich schade Teil mal bitte Liquid Nephi und mich Oh Lebt noch jemand Hallo Bist du allein? Ja bist du Allein allein Dalu siehst du vor's Flopper von mir töten Jawoll Liquid der war nice Oh Ich hab Sack Dalu die Headcrap Launcher kamen von dir oder? Ja Aber ich hab da einer mit getötet oder? Du hast ja die abgefarmten mit wenig Leben Alle die sich irgendwie mit wenig Leben dort gesticken wollten Die Viecher waren so eklig Ja die hat eine Headcrap Das geil ist die Slowmotion kam so perfekt Early ist mit dem Grapplinghook glaube ich oben in den Rotor geflogen Ja okay aber du bist halt oben in den Rotor geflogen und deine Leiche kam so im Slowmo So ist sie vom Schäfer zu fallen So richtig Normalerweise kannst du auf den Dingern landen aber keine Ahnung Ja aber nicht wenn du durch den Rotor fliegst Nein, oben auf mitten auf dem Rotor gelandet Geh doch da rein Wenn du ihn irgendwie berührst Ich bring jetzt das Schiff zum Abstürzen Aber bleibt auch drinne Geht einer geschlüpft Oh Traitorfall oder was Ja anscheinend Ich hab das Luftschulschirm zu machen Was war die Luftschulschirm Wer ist da jetzt reingelaufen Wer ist da jetzt reingelaufen Wer ist da jetzt reingelaufen Oh nein der Heli brennt Ja und irgendjemand ist da reingelaufen Ah burning shit Ne ich versuche jetzt von Heli nicht abzuwerfen Okay Geht in den Heli rein Und startet ihn so Efi warum schießt du auf Goro Ich hab auf die Auf mich hat er auch geschossen Ja genau Wär doch echt ärgerlich Wow Efi und Goro zerwischt Lebt noch Und wo Hallo Hallo Was ist mit Darmworn Ich hab noch versucht Leute zu warnen Ich glaub es ist early Ich glaub er lehrt grad auf mich geschossen Ja ich hab das auch gesehen Wir sind zwei Genau das gesehen Da auf dem Dach Oh Grant und nee wie ist es gerade explodiert Ich ne Es sind hier gerade explodiert Der drunter gefallen ist Achso Hallo Ich beobachte nur Warum läuft early eigentlich ohne Waffen rum Oh Eine Taube da hat er den Goro Goro Leute schießt doch Wer ist im Gebäude drin 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 Wow Könnt ihr kund dran gewesen sein Die wurden mir entgegen geworfen Wir haben noch vier Punkte Vier Punkte Und ran du warst auf der anderen Seite Du bist direkt davon weggelaufen Als irgendwo gelandet ist Das hast nix gesagt Der Indo kann eskalieren Oder ist Goro Das kann explodieren Ich eskalier Ey hört mal auf Ich hab Goro den Fuß geschossen Ich bin Innocent Goro Du bist Innocent wie ein Ja Du bist Innocent wie Fisk So Fisk Wer hat gerade explodiert Fisk ist Innocent gewesen Der Dete Also Hat der zweite Dete auch was gesoffen Ja Ich hab grad gesoffen Ja sehr gut Einen kleinen Schnappes Ich sag ihr könnt ihr euch jetzt auch mit gegenseitig töten Ja und ist er Gleich eskaliert dieser McFly Er ist Immer dieser McFly Was das angeht Wer ist er? Auto Eskaliert er ganz schnell McFly Rechts kannst du töten Das sind alles Traitor Alle Traitor Ich bin nur drei Alle Wie sie da sind Aus uns beiden hab ich noch drei Punkte Drei Punkte noch Und nur zwei Und nur Fisk Und nur zwei Innocent Grandster spielst zu Ende HSVs nicht abgeschrieben Ich weiß hab den Elver gesungen Wo kam der denn her? Wo kam der her? Wo kam der her? Oh sorry Oh Oh was ist da los? Was ist da? Unten Unten Er muss irgendwo Er muss irgendwo unten sein Ah Weiß wo Relativ weit rechts Irgendwo Habt ihr meine Kollegen alle getötet? Wirklich? Nicht so die feine englische Art Das wisst ihr ne? Hm Das müsst ihr auskennen So Liquid Was los? Wo hast du die so hingebracht? Die meine toten Kollegen? Ähm Die hab ich hinter dich gelegt Echt? Hallo Scheiße Not bad Hallo McFly Dass du das nicht mitbekommen hast Was TauTau gesagt hat Das hätte wirklich viel entschieden Für die Runde schon TauTau hat ja gesagt Der letzte Inno kann alle anderen abschießen Du warst der letzte Inno Ja aber da kam Goro ja gerade die Treppe hoch Also ich hab schon mitbekommen Aber da kam Goro ja schon die Treppe hoch Ja ich war's nicht Das ist Rufmord jetzt Nils Was war da los? Ja ich hab gemerkt Das ist ein Fehler Allein dass Early die ganze Zeit so oft in der Mitte rumrennt Und Kondra mit der Bananenbombe Der Heli brennt Der Heli brennt Er springt rein Let's do this Der Heli brennt Der Heli brennt Leider hast du dir nichts gesagt Das war dann eindeutig Der ist ja erst exkuliert als ich drin war Ich werde da sowas von diesem Sound drüberlegen Was denn diese komische Waffe mit dem Leroy Jenkins Sound Den Leroy Jenkins Sound Als er in den Heli gegangen ist Oh es ist gut gaming Es ist gut gaming Ich glaube er ist einfach nur sauer Jetzt ist er aber erstmal tot Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Oh ok Und er war Der gerade überlebt Geranged Und wann Ich hab ihn getradet Aber der andere Dete ist auch tot Ja Wie beide Dete ist tot Den hat Toro doch im Blatt hinein abgeknall Den hat Toro doch im Blatt hinein abgeknall Den hat Toro doch im Blatt hinein abgeknall Vorsicht Nefi Vorsicht Sprengung Es ist schon wieder Rufmord da Oh da kam eins rausfass Oh nein Oh Gott ich dachte das explodiert auch noch Jetzt boom Hey warte mal Fisk Was hast du da oben getan? Ey Fisk kommt mich auf 62 Wenn du reinläufst das ist die feine Schuld Doch Du kannst ja was fragen Dafür bockse ich dich einmal Ist es Fisk jetzt oder was? Ja der hat mich angefackelt Angefackelt Oh das ist das letzte Oh Hey hat Gorin jetzt gekillt Ah Okay Danke Irgendeine hat da vorher in den Heli geschmissen Ja das ist Fisk Fisk ist der neue AGP Fisk Das war ich nicht Ey hat's Alu gerade auf den Fisk geschossen Ich hab ne Sreiber du Nase Dahinter die Gomo Geh oben Kundran erste Tür Ich brauch eine andere Waffe Ich brauch eine andere Waffe Jetzt gehen wir rein Komm Kundran wir gehen rein Komm Kundran Komm mit Nein 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 geh Komm wir gehen rein Wir machen wir Wir machen wir Wir machen wir Und wer hat sich geopferd Sehr gut Was heißt in Gorbfahrt Goro stand viel näher an dir dran als ich und bin Ich bin gestorben Ich bin überhaupt nicht verstanden Ich bin überhaupt nicht verstanden Ich bin überhaupt nicht verstanden Oh man Er ist einfach weggefallen Goro stand fast so schräg hinter dir Ja und hab nie gesehen wie die Mühe dran stand Das hab mich stark gewundert so hä Wieso schläfst du denn nicht Aber der Nils der geht dann auch mal hoch wenn er es skandiert Kleine Nils der Nee es war ja extra ich hab gesehen wer Traitor war Ja komm hier Du hast den Scheiß direkt nie Das war so klar Alles klar Einfach in der ersten Sekunde Juli einfach ächseln Ja gell ich armes ob Warum eigentlich immer Juli Das war ne krasse Traitor die Ticket war Also von den Leuten die Traitor waren Von Twitter Los spring Die war schon eiskalt durchgezogen die Runde Ach feste euch so Wer hat dir grad alles geschlagen Alle Faschen nach oben Was ist hier los Die sind nacheinander einfach alle in den Raum So hat irgendwie getötet glaube ich Ganz dünnes Eis Ganz dünnes Eis Nur der HSV Lass mich raus So wo ist Nils Das war's jetzt Nils Er hat gesagt wir sollen ja kauen Du hast mir doch vorhin zugestimmt Aber da war er noch nicht Irgendwärts gestorben gerade Da ist er Das war ja so Das hat er jetzt geschoben Oh jetzt ist out jetzt macht er dich Der macht dich Komm wir Duellieren uns hier Komm her Komm komm Der Exzporziert Hey Heli Nils oh Gott Er ist zu jung um zu sterben Nein Artsch Jetzt sterben, es ist Nils! Goro hängt da fest! Lass ihn los! Nicht den Heli los! Hä, wo bist du hin, Goro? Ich bin drin! Wo drin? Im Heli? Lass ihn fliegen, bitte! Du steckst, sagst du da drin? Ja, ich steck fest! Ey, Grans, bleib mal hier! Hängen geblieben! Nein, komm, Goro soll irgendwo hier branden im Heli stecken! Oh, da ist ne Brand, diesen Sattel! Klaus, lass ihn doch liegen! Da ist er, ich seh ihn, er schießt! Ich seh ihn! Ah, du! Oh, nur noch so, was weiß ich! Das geschieht jetzt! Brennt in der Hölle! Oh, ich bin runtergefallen, ey! Ja, passiert mir auch oft! Oh, wach denn, da ist ein Süßes, da ist ein Süßes! Nefias? What? Fisk und Juli! Sicher? Warum? Der war in der Tür zu fetten, da kam ich nicht durch! Schon wird man verdächtig! Oha! Oha! Irgendwas läuft heute falsch, die Indus töten sich alle zu schnell! Habe ich mit dem Friendbeam so viele getroffen! Ja, ich weiß, den hat Adler gehalten, ey! Ich weiß, den hat Adler gehalten, ey! Ich muss gleich, dass Goro so ein Fett voll sind! Das muss ja super spannend gewesen sein! Oh, ey, Rocket League ist, haben wir gesagt, bald! Die ist Rocket League, halt! Oha, da hab ich auch so'n Bock drauf! Ich hab so'n Bock drauf! Oh, bitte PC-in-Lieser, bitte sofort! Oder PC-in-Lieser! Das tut mir leid! Wir machen hier allgemein wichtige Themen auch! Ja? Das sind doch extra Folgen, da muss man auch mal über wichtige Sachen sagen! Aber warte mal, man konnte auch zu dritt, ne? Konnte man auch zu viert, oder? Ja, vor und vor! Ja, acht gegen, also vier gegen vier! Acht gegen acht, ey! Riechen gegen acht, ey! Riechen gegen acht, ey! Riechen gegen acht! Warte mal, läuft die Runde einfach oder nicht? Die läuft doch! Die läuft! Ihr habt die Aufnahme am Ende! Ja, aber warte mal! Was? Ja, aber warte mal! Fisk, it's on! Ich hab' irgendwie gehört, als wenn die Leute hier, ne, tschüss gemacht haben! Du kam das vor! Mann! Tötet Fisk, Leute! Oh, da wurde jemand unter Strom gesetzt! Wo? Das war Fisk oder Juli! Bestimmt! Juli sagt noch so, wo es ist Juli! Warum? Ich frag' immer! Wo? Wo? Da ist sie! Da ist sie! Das interessiert mich! Wir müssen die Leiche rausholen! Wir haben die Leiche rausgeholt! Boah, Juli! Pauli! Juli schießt einfach oft in die Texte! Jetzt reicht's mir! Konfirmt! Konfirmt! Konfirmt, ey! Und early boy auch! Lauter aus ist es auch! Alter! Alter! Wer hat die Leiter? Oh! Ich hab' Träuter getönt! Den Ball vorbei laufen! Er hat'n Friendship gedroppt! Du hast gesehen! Hey! Detektiv! Ich hab' ihn aufgehoben grade! Maxi! Komm zum Pool! Ja, Goroth! Warte! Ich schieß' dir an den Rand! Ich schieß' dir an den Rand! Ah! Ja, Thomas! Nicht schließ' doch! Ich hab' keine Waffe! Ich hab' nur den Friendship! Okay! Ben! Ich hab' nur den Friendship! Okay! Ben! Hinten! Ja, der ist ja an der Wand noch! Fall runter! Alter, Ausschau! Mal zum Verrückten! Drahtseilartisten! Ob das was wird? Das wird nix! Hey! Das ist doch Spider-Man! Wo ist der rote Amt? Ich bin's Brudermann! Ich bin's Brudermann! Ich bin's Brudermann! Ich bin's Brudermann! So, jetzt flieg' ich erstmal mit dem Heli! Du fliegst erst mal ein Ründchen! Dann komm' ich mal raus, denn es ist er sicher! Nein, du fliegst ja beim Heli! Das war der Falsche! Fehl' noch? Ja, ich mein' ja so war der Falsche! Nein! Whoah! Vielleicht kommt irgend'ne Wagi, die ist schon kommen주� Die Runde geht einfach raus!! Wo bist'n' du?! Im Treppenhaus!!! Kommst du?! Ich schmeißтрual Shank! Ich schmeiß net' Rauchgranate in Weißmark Falsche! Ja, das würd ich gern' mir seh'n! ist das raucht das war natürlich das hat mich beinahe wie am pool haben wir noch eine runde grans ja 92 ja aber das war bei der map davor auch achso ne da stand irgendwie nur eine am ende dann immer noch eine runde jetzt hier ausgesprungen gewusst hier von euch beiden ich ich ihr seid das sind hier nevi und early einer von euch early na ich schmeiße hier vor mit dem nils rausgepackt ich habe mich geschossen ja raus dann bei das macht dich breit max das war richtig knapp ich weiß es nicht das macht ich zum traitor jetzt versucht jetzt in frieden das war ich nicht verboten wer lebt jetzt eigentlich noch ja 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 ja